Hektisch. Ich dachte, du laberst jetzt wieder eine halbe Stunde. Nee, das habe ich mir abgewählt. Wir laufen ab sofort immer los und dann labere ich, ja. Oh, ihr seid ja schon weg. Wo seid ihr? Einfach Radera an rechter Seite. ETS? Du hast was vergessen. Hab ich was vergessen? Mhm. Was? Ja, den Schrei am Anfang. Achso, Rebel Yara. Ich muss ganz rein. HOLD! Awesome. Ich hab's verraten, ihr Held. And left face. Abnehmende Strategie nicht schon mal. Nee, keine Ahnung. Ich hab jetzt noch die Wahrheit gerade. Mensch, Nils, das ist doch kein Grund seinen Kopf in die Wand zu stecken. Achso, das ist ja auch noch ins Platz. Face front, guys. Face front. Let's take a look. Left side. Okay, right face. Moving out. Auf geht's, Kameraden! Shut up. Geh. Wer auch immer das war. Geh. 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 Und den Kaiser. Und das Vaterland. Verdammt, ich sollte meinem Zugruf mal lieber wieder englische Voice-Commons geben. Du hast die im Cornfelder gesehen? Ne. Also mit den Unions-Warcries wird das auch nicht weniger auffällig in Attack. Geh. Wer hat jetzt eben nur den Kenner geschrien? Let's take a look. Vino mal Left. Pts? Left. Handfix die Beinetz. Ja bitte. Wenn wir nur weit nach hinten gingen, hätten wir auch ggung. Na ja, machen wir gleich Fight Will. Hatte ja eigentlich ein bisschen mit Hornfield. Na ja, Daniel. Neitek, ich hatte, äh, Charge. Okay, ja. Ja, das wird da hinten ein ganz schönes Gemetzel. Hallo? Hallo. Ja, ähm, Forgotten Honor-Server, Passwort, ähm. Feuer frei? Äh, Masked, ja, ja, Fight Will. Äh, wer ist es eigentlich? So. Ach, Score. Boah, hm. Okay, Fight Will. Du kennst immer noch nicht meine Stimme. Doch, aber gerade eben. Irgendwie war's gerade anders so wenig Leben wie jetzt wirklich schon. Äh, weiß nicht, dass du's fisch, aber gerade eben, hm. Süßfeier. Die ganze Party ist ja schon vorbei. Fast. Hola, süßfeier. Was? Fixed Binance. Seasfeier heißt Feier einstellen. Bin ist geschossen. Ja, aber du hast angelegen, deswegen kann ich das. Bright face and move out. ETS? Yes, please. Fortwörtlich, der Krieg ist vorbei, bis wir in die Schlachten. Ja. Egal, das 15 lebt noch. Das ist das einzige, das noch lebt. Seid ihr alle verrecken gegangen? Ne, das 15 ist das einzige, das noch lebt. Ne, das 15 ist das einzige, das noch lebt. Ah, ich glaube, ich sehe euch. Wir sind das einzige, das noch lebt. Wir sind nicht zu verfehlen. Ah, dann seid ihr gerade in dem Haus vorbeigelaufen. Ja. Rebel Yell. Dann, äh, Kip. Ich glaube, ihr könnt uns mal ein bisschen weiterarbeiten. Nein, Schlabbe. Hä? Achso, das ist Gruppe. Entschuldigung. Charge, left, 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 left. Die Spasten haben wieder. Schwerter und alles für mich dran. Ah, fack. Verlust. Ja. Lecken. Oh, die rabbit. Nicht der einzige, der in der Lage war im Kott wird als der Schiefe. Mh, okay. Ja, nee, hier sind Feind, das habe ich gesagt. Charge, 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 charge. Wir haben das hier nicht什么 gekriegt. Schön in die Falle gelaufen. Nene, die haben das nicht gemerkt. Naja... Das liegt ja super. Ja, weil ihr ja auch nichts trefft beim Schießen. Das ist ja euer Problem immer. Das wisst ihr aber auch. Du hast da auch nichts getroffen. Gutes Gegenargument. Weg da jetzt durch mein Buttermesser raus. Das sind minimale Probleme. Yannick, ich rette dich. Oh, du bist ja schon tot. Damit kannst du nicht kämpfen. Nein, Yannick, lass doch endlich mal, dass du damit nicht kämpfst. Siehst du, ich komm damit nicht weiter, Yannick. Was hast du gesagt? Yannick, Yannick, sag nochmal was, komm. Du suckst. Er hatte den letzten aus unserem Tee. Lade einfach nach, Nitek. Nein, ich will dich töten. Tod zu Ende. Nein, er stirbt. Ja. Good job, Nitek. Why is Nitek just allowed to run? Ah ja, ich zieh. Spread out. To the right. Charge to the right. Fire it well. Die Rennen weg, Kaun. Achtung, neue Linie kommt, neue Linie kommt. Neue Linie kommt. So, die Aufnahme geht jetzt weiter. Okay, das war ein Scheißkommando. Komm. Geht nicht nach rechts. Die schießen nicht in Stücke. Könnten uns noch zurückzügen. Ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ich werde nicht bis hin kommen. Hey, da ist unser Invalid. Doch, die können nicht mehr schießen. Hey, da ist unser Invalid, genau. Geil. Können die zwei, die da rumrenzeln, vielleicht nicht angreifen? Wo haben die jetzt schon wieder Schwerte her? Ich bin auch schon im Angelfeld. Ich bin tot. Ich bin tot. Wo haben die jetzt schon wieder Schwerte her? Leute, blocken. Was? Ich habe dir noch abgezogen. Was machen wir? Das sind Sargents. Sargents haben später. Ja, warum nehmen die alle Sargents? Scheißpistolen. Achso, ja. Achso, ja. Geht's mir leid. Janik. Nein, Jack. Die haben halt viel mehr Corporates und sowas gefördert als der Swiftings. Ja, los. Wir müssen jetzt alle zu Corporates befördern. Dann haben wir Leute. Dann haben wir alle schweren Pistolen. Dann haben wir alle schweren Pistolen. Dann haben wir alle schweren Pistolen. Ja, genau hier nicht. Wir müssen ja nichts mehr machen. Wir müssen ja bloß verstanden. Apropos Janik bei der EU-Runde bin ich drin. Als Ami. In der EU-Runde. In der EU-Runde. Nein. Night of Iron. Falls es interessiert. Es soll ein Assassin's Creed Manga rauskommen. Auch in Deutschland. Ja, das könnte voll lustig werden. Das könnte echt lustig werden. Das hört sich mir auch so. Ich glaub nicht. So, jetzt wird's spannend. 19. gegen Union. Die Frage ist auf dem typischen Manga-Zeichen-Ziel gemacht. Weil Frauen vorkommen wird lustig. Deswegen. Ja, könnte interessant werden. Ein Mensch, die Hauptcharakter sonst nur Frauen. Da rennt ein einzelner weg. Wenn man den slayen. Und der rennt einfach weiter weg. Franzose. Naja, Leute. Das Leben ist kein Frankreich-Feldzug, ne? Leider. Ja doch, wenn wir ein Frankreich-Feldzug machen. Das Leben ist wie Frankreich. Da müssen wir durch. Augen zu und durch, ne? Ja. Na ja. Na ja. Warum gibt in Frankreich noch immer so viele Alleen? Der Deutsche soll da vergeblich gerne. So, jetzt, äh. Oh, nein. Die sechste deutsche Panzer-Division. Sechstenswanzte? Ne, das war die sechste. Das ist die sechste. Nein. Anfix mit Bayern. Und shoot. Geil, Leute. Jetzt wird's ein bisschen arg Zeit, dass ihr mal hier rüberkommt und eurem Arsch über den scheiß Zaun bewegt. Dankeschön. Nein, ich hieß mal, das singst. Weißt du, der Trick ist, dass man springt. Über den Zaun. Ich bin mir auch mal echt so dankbar, wenn ihr mal was treffen würdet. Tue ich doch. Aber das sind alte Schuhe. Jetzt, ne Leute. Reveal, ja. Links, links. Ja, ne. Zurück, geh, 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 geh. Retweet, retweet, retweet. Abbrechen, alles abbrechen. Retweet, retweet, retweet. Retweet, retweet. Leute, der Sinn beim, der Sinn beim zurückziehen ist, dass man nicht zu Ende nachnäht. Dass man nicht noch irgendetwas macht. Dass man nicht noch einmal schießt. Dann erst mal läuft. Ich bin auch kein Franzosisch. Franzosen-Formation einnehmen. Also taktischer Weg. Gannik, du bist Out of Formation. Wir sind alle Out of Formation. Wir sind Out of Formation. Du bist zu weit, du hast dich schon zu weit zurückgezogen. Crossy, 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 bleib ruhig hinter mir, bleib ruhig hinter mir. Wenn die auf mich schießen, bist du der Erste, der drauf geht. Jump out, defense. Und untickst die Blinders, reload and take cover behind. Defense. Again, reshooting allowed for everybody. Fight go. Oh, da ist ein Bush, da kann ich dich verstecken. Night-Tech, jemanden hinter sich zu haben, ist keine gute Garantie. Bin ich auch. Hier bin ich wieder. Na gut, das ist ein großer Bush gewesen. Wo seid ihr? Rechts. Wo bist du? Ja, lauf über die Brücke, siehst du mich? Und guck nach rechts, siehst du mich? Ich jump grad rum. Wir laufen gleich Gegner entgegen. Ähm. Ja, lauf einmal über die scheiß Brücke und dann nach hinten. Ja, ich seh da hinten, welcher aus unserem Team schießt. Ja, dann komm da mal her, das sind oben. Das sind wir, ja. Ja, nicht geradeaus, sondern nach rechts, glaube ich. Ja, ist sie ja. Ah, gut. What the f- What the f- Ah. So, warte mal, das ist ja nicht, das ist ja nicht richtige Linie. Scheiße, bin eben im 19 mitgelaufen. Das ist doch ein F-Water. Wir haben nicht nur das gleiche Banner wie wir. Ja. Ja. Wenn du hier die bunte Hosen an, du musst noch unsere blauen Hosen, die die bunten Hosen unterscheiden können. Die ziehen nach rechts auch, die Feinde. Ja, ja, ja. Die können sie verfolgen mit den Degen zusammen und sie einkreisen. Oh, es ist fire. Oder auf die Linie da rechts feuern. Ja, fire the line on our right. In this direction here. Nicht auf die Hosen, auf die hier rechts. Neu ausrichten hier. Das seh ich nicht ein. Hm. Hm, lustig. Ah. Weißt du, du musst nicht einsehen, warum du etwas tust, solange du das tust. Oh, warte, warte, warte. Erst mal Flaggenträger und... Oh, scheiße. Und... Oh, schlecht. Soll jetzt nicht unbedingt auf dem Zaun stehen übrigens, gell? Ach, Quatsch, mich sieht man doch nicht. Ich bin ein Busch. Die denken einfach nur, ich wäre ein Gewächs. Ein Gewächs. Oh, warte, warte, warte. Yannick, sie den Kopf weinen. Und? Und? Ah. Ich hab jetzt mal in den Boden geschossen. Nein, Tag. Stell dich doch einfach mal in die Linie. Dann brauchst du nicht immer sagen, dass ich immer ducken muss. Ihr solltet nicht auf enger drauf springen, weil... Äh, das... Ich weiß nicht, wer ich es richtig meine. Das ist total. Ah. Move to the right, move to the right, move to the right and then get firing. Ihr wisst, dass uns eines unserer Regimenter gerade chargt, vielleicht sollten wir denen helfen. Ja. Da rechts gerade... Warte mal, der Flaggenträger kommt nicht gerade dran. Da rechts vielleicht eine Linie in zwei, wir könnten sie dort abschießen. Ja. Ihr wisst, dass wir nichts treffen. Ja, stimmt, allerdings. Wenn wir bitte chargen müssen, das wäre jetzt effizient, weil unsere Leute gerade sowieso chargen, aber gut. Wir warten. Bis alle tot sind. Ne, ne, ne. Exaktemente. Exaktemente. Bei mir ist es gleich Essen. Weiter feuern auf die da rechts, die da laufen. Esst ihr! Hoffentlich isst der nicht so lang wie Janik. Was? Der isst länger wie Janik. Janik. Ich esse immer ab. Sorry, wenn ich mit meinen Eltern sparen muss will und unten auch duschen war und essen will. I duschen. Mit deinen Eltern. Ja, natürlich. Immer in einer Badewanne. Mein Gott. Wahrscheinlich Essen drehen und baden gleichzeitig, glaube ich. Du bist nie groß. Einfältig. Der Flaggenträger da hinten kotzt mich an. Ich will ihn jetzt sofort füllen. Es ist fire. Wenn ihr jetzt trefft, ihr uns verbündet, wenn ihr schießt. Und kickst ihr bayernet. Bayernet. Ich geh schon mal über den Zaun. Und jump over the fence and charge. Just simply. Verlieren wir gerade gegen ein Scharfschützenregiment? Ja. Wir verlieren gegen den Zaun. Also wenn da immer noch welche dabei sind beim Zaun und wir queren, dann lauf ich nach hinten und wir schießen. Oh, warte, 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 der gehört mir, der gehört mir. Ah, komm. Warte. Also ich will jetzt keine große Krieger sprechen, aber die Hälfte hat zwei oder mehr Anlaufe gebraucht. Ich bin direkt am Anfang drüber. Scheiße, ich hab nur zu wenig Leben. Ich hab mein Buttermesser, jetzt gibt's Tote. Alter, warum muss jetzt selber zu wenig Leben? Leute weiterlaufen, weiterlaufen, weiterlaufen. Ich hab meine Töne. Ich hab meine Töne. Ich hab meine Töne. Ich hab meine Töne. Nils. Da brech, eine dreckige Töne. Da brech, eine dreckige Töne. Nils. Verräter. Hey, ich hab meine Töne gestohlen. Da ist mir ein Schwer, auf wen? Verbrenn sie. Ja, mach was du willst, außer haltet es für mich ein paar. Da sind die Penner. Auf der Seite kaputt nach. Oh. Oh. Oh, da sind die Gangs. Fuck. Alter, ich bin mir nicht über diesen Chef. Oh verdammt, was hält ihr denn alle? Wir sind alle tot. Fuck. Leute, ich hab's schon mal besser gesehen vom Pips. Die müssen jetzt nicht mehr Töne hören heute übrigens. Weil jetzt ist es schlimm irgendwie, heute nur Konzentrationen. Oh, dieser, der da von hinten voll den Anlauf hatte. Oh, Tulfig hat voll Anlauf genommen und befehlt ihn. Der Server lag zu sehr. Ja. Der 24er Ping hat, leckt das. 28. Nein, jetzt ziehst der. Ja, auch noch auf einen Haufen rennen. Das ist ja schlau, wenn er da schließt. Ja, ich bin auch links und rechts gerannt. Leute, das ist das. Das scheiße dir. Oh. 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 Leute, seid mal ruhig. Gut. So macht man das. Lodius darf sich doch konzentrieren. Jetzt gibt Glocken schlagen oder auch nicht. Dann geh mal da dran, wenn du versagst, bist du ne Schande. Dann wirst du nicht grad wer. Wenn du gewinnst, bist du Yannick's fünfzehntel. Gut. Ich mach's. Ich mach's. Ich mach's. Nö, der schreibt es auch noch unten rein. Ein Held. Ein Held, wie er im Buche steht. Ach, die stehen ja hier drüben auch so. Neidig auf der Überholspur. Blopp, blopp, blopp. Ja, sorry. Oh, Bommstumpf. Surprise, motherfucker. Wenn wir die da jetzt wegrennen, dann treffen wir jetzt an. Tun sie. Ja, Charge. Over the bridge. Super Charge. Ja, das sind noch ein paar Gegner. Das sind noch ein paar Gegner. Das sind noch ein paar Gegner. Gut, okay, U-Wood-Style. Auf geht's. Du bist so einfach. U-Wood-Style. Mist. Eine Linie von... Scheiß den Kapperalt an. Kommen alle weg. Ach, komm wieder an. D-Day. Ah, wir hatten einen anderen. War dein Kapperal. Der ist hier fast wie D-Day. Ach, leck mich. Oh. Nein. Könnte eigentlich nicht... Nein, ich muss mal angreifen. Gut gemacht. Cool. Ah, super leid. Ah, das ist nicht so gut. Ah, score du Teamkiller. Ah, wei. Ach, glaub doch. Ja, wieso kann ich denn jetzt nicht mehr mit dem? Ich hab das Gefühl, dass ich jeden Moment in den Rücken gesto... 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 Nee, geschossen wäre. Ach, stimmt. Da verstehst du doch, gesto... Ja, ja. Stoße in meine Rücken. Random Nighthack, er fiel. Ja, ja. Aus dem Busch raus. Oh, Nighthack. Boah, ey. So gefällt mir das doch. Das war eine wirklich gute Rücken. Sehr schön. Aufgewärmt. Boah. Boah. Ich hab Arsch... Das hat reingehaut. Das hat reingehaut. Das hat reingehaut. Boah. Alter, so viel Blut an meinem Bayonett. Also das hat reingehaut. Die Leute haben wir verloren. Wie viele sind gestorben? Fünf viele... Ich bin gestorben. Scheißes auf. Er lebt nach. Er lebt nach. vor der Chancen ins Gesicht. Oh, komm schon. Kann ich nicht zurecht. Im rechten... Im rechten... Im rechten Zeh. Ohne ab in dir, Toni. Wie kriegt er jetzt auch noch Platz, bitte? Ich soll Michael werden? Ich glaube jetzt ja... Au. Keine Teamklappe. Wo ist er? Da. Hier ist so viel Rauch. Ins Steißball. Ja, liha. Rebellion. So, Leute. Willst du mich verarschen? Leute, alle meine Wunde in den Chat reinschreiben. Fünfzeichen. Und dann zwei Auslastzeichen. Was? Reinschreiben? Fünfzeichen. 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 Alle schreiben und ich sag, wann es losgeht. Moment. Warte, warte, warte. Alle bereit? Ja, ja. Warte, warte, warte. Los, los, los. Reinhauen. Guck, nur die Hälfte macht los. Das ist halt so schlecht. Los. Wie viele Runden machen wir eigentlich noch? Ich habe wenig Bock heute. Ja, letzte Runde. Auf dieser Merch. Frore ich da. Da schreit er ein, ich hab nur gott, wie kommt es. Soll die Gott. Warte, 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 warte. Achso, um den Scheiß an deinen Schuh. Ich war die Abtürschen. Du beleid, ich hab nicht die R-Tastung. Gut, wenn du die Linie anführen willst, ja nicht, dann mach ich. Ich hab darauf keine Lust. Du musst alles alleine machen. Und du rennst uns immer voraus. Ne, aber das war grad echt ein geiler Kampf. Erstmal über die Brücke angegriffen und dann erstmal die Tippen, die sich da am Spawnvercamp hatten, angegriffen und danach die Rechte. Also ich persönlich fand ja die beiden Runden davor ganz geil. Das Beste war immer noch, ich war die ganze Zeit im Gebüsch. Ja, keiner sieht mich. Die kämpfen einen dann so. Random Nitec disappears. So aus dem Gebüsch raus. Ja, random Nitec disappears vor allem. Ich hab gesagt, random Nitec will disappear. Achtung. Abbrechen, abbrechen. Achso. Schafi töten. Schafi töten. Ach, da sterb ich doch eh noch. Wir werden sterben, wir werden sterben, wir werden sterben. Anfix für Bayern jetzt. Anfix für Bayern jetzt. Anfix für Bayern jetzt. Den Kabel werden in die Fand. Und Freier. Oh, komm schon. Ich mach' den Punkt für Sicherung. Wir können euch auch. Links Gegner. Ja, ja. Retweet. 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 Wir bleiben hier, Coca Cola wir sind Standort. Ja, die Scheiße. Attention. Charge. Stimmen. Überwein. Lauf hier rüber. Lauf hier rum. Lauf hier rum. Weil sie sich da hinterm Zaun verstecken oder? Egal. Oh, wenn man es halt wieder offiziell ist und dann... Der X-Cop wohl wurde geprägt. So lange sie nachladen. Jetzt hopp, das ist die Union. Hä, ich hab doch geblockt! Ja klar! Da kommt noch ein zweites. Ich hab doch geblockt! Wie gesagt, der Server lag. Das war eine schlechte Runde dieses Mal. Noch ist sie nicht vorbei. Wie viele Leben noch von uns? Keine Ahnung. Nein, wir leben uns noch, der letzte wird abgeschlachtet. Leute, das ist ja eigentlich heute so. Das ist ja schrecklich. Das ist voll Mut. Das ist voll Mut. Spann. Ihr versteckt sich in der Toilette. Ähm, da rechts bei der Windmühle sind noch welche. Wetten, da hängen selbst Leute drin. Natürlich, aber... Man kennt den Tönig auch nie. Jetzt mal auch noch. Weg, der Sprach-Molifikation hoch. Jetzt war einer drin. Jannik, ins Haus! So, ich hab den Ophi gekriegt. Oh, das war hell. Oh, ich hab Lust geholt. Äh... Da ist noch einer in der Toilette, Jannik. Jannik, du musst doch in die Toilette hineinschießen. Ich bin's. Ich weiß, deswegen dank dir. Das war voll die Mörderbude da drüben. Ach, da drüben steht noch einer. Alter, komm mal aus dem dummen Klo raus. Leute, komm. Neidik, töte mal bitte noch den... Ach, da hinten sind noch zwei. Kommt. Das hab ich mitbekommen. Da, hinter der Morde. Rollen. Arschgesichter. Slipshot. Ey, da rechts sind Rothosen, Jannik. Ja, ich weiß. Rechts sind Rothosen. Ja, aber die Größe der Linie ist bedenklich für unsere Gesundheit. Das kann nur von Leicke kommen. Von rechts! Ja, ach. Officer down. Start. Start. Bei mir hängt's. Ich bin tot. Du bist rausgeflogen. Du bist schon länger tot, Nighthack. Fuck. Alter, wie ich eisgellt aufgerissen gekriegt habe. Looooon! Ja, hättest du mal... Hättest du mal nicht den Toiletten... Ja, Nighthack, hättest du den mal nicht erschossen, hätt ich ihn erschossen. Also mal ganz ehrlich, Schatz. Eigentlich hätten wir doch richtig locker das Gefährdicht gewinnen müssen, weil wir haben doch da schon sechs Leute getötet aus diesem Scheiß-Dings daraus, oder? Ja, weil die sich nicht gewehrt haben. Wir können... Alter, guck mal, wie schlecht das Nighthack ist. Guck dir mal an, wie schlecht das Nighthack ist. Lass uns das so fertig machen. Ja, die sind so gut, ne? Das war von... Ich muss grad mal sagen, von Resnov war das eine ganz schöne Fehlin... Ne, von Hawke. Adjutant Hawke war das eine ganz schöne Fehlin-Einschätzung der Lage. Ja, der hätte uns sofort helfen müssen. Ja, der hätte uns sofort helfen müssen.